Super Fronky Fleischfield! Okay... Oh! Oh! Ihr seid so fällig! Das ist so geil! Ich fühl mich grad so cool. Fireball! Ich kann als Finisher den Shogun benutzen! Ich liebe dieses Spiel! Ich liebe es! Alter! Alter, Fronky ist einfach wie geschaffen für dieses Spiel! Alter! Ich krieg' nen Kopf nicht zu! Alter! Super! Super! Ich hab' den Supergreifer gemacht! Und die... Alter! Ich liebe dieses Spiel! Super! Alter! Von LP Game Over 9000! Vielen Dank für die Grüße! Finde ich super! Aber ich bin grad zu Hype! Alter! Verzieh dich einfach! Ich bin grad einfach nur auf'm Hype-Train! Super! Alter! Das ist so... Ich bin so durch! Frankie ist einfach einer meiner absoluten Lieblingscharaktere! Einfach wegen seinem absolut abgefuckten Charakter! Und wegen seinem Super! Ich mein' der Kerl hat sich einfach mal selber in die Luft gejagt! Und baut sich danach wieder neu zusammen! Mach's nach! Das ist so cool! Ich geh' mal weiter, ne? Es gibt noch genügend andere Leute gekloppt zu werden! Er ist einfach die Massenvernichtungseinheit hier! Super! Ich hab' jetzt schon 500 auf'm Gewissen! Kup-de-Boo! Das ist richtig! Alter! Zieh' ab! Alter! Sekunde mal! Sekunde mal! Ich find' Franky's einer der geilsten Charaktere in One Piece! Er ist ein fucking Cyborg! Wie cool muss er denn noch sein? Wenn er noch cooler wird, platzen dir die Eier! Und das sag' ich mit Vertrauen! Das ist... Wow! Fireball! Und jetzt der Shogun! Franky's Shogun! Body Slam! Alter! Das Ganze könnte noch geiler werden, wenn man den Shogun selber steuern könnte! Aber ich glaub' dann platzt mir eine Gehirnader! Alter Schwede! Ja, Brook ist auch cool! Brook mag ich auch! Auch wenn ich mittlerweile andere Skelette kenne! Warte, hab' ich noch Ander? Ja, den hab' ich! Ah! Ja! Also, pfff! Miau! Hier soll noch irgendwo einer sein! Pfff! Was wollt ihr eigentlich? Wenn ich mal fragen darf! Alter! Ihr habt hier nix zu melden! Ich bin ein fucking Cyborg! Super! Ich hab' hier grad wirklich konstanten Grinsen im Gesicht! Weil ich mir denke so... Super! Super! Das ist so fucked up, aber so geil! Alter! Hier sind... Es sind gerade drei Kommandanten... Ne, zwei! Einer! Keiner! Jetzt steht hier gleich keiner mehr! Shogun! Bam! Oh scheiße, ich muss mal zurück! Da ist Stress angesagt! Da ist Stress am Tor! Da ist Stress am Tor! Boah! Ah! Super! Aber man kann das auch deaktivieren! Das ist gut zu wissen! Ich dachte mal, man kann das nicht deaktivieren! Und wieder mal wurde ich eines Besseren belehrt! Alter! So, ich glaub' hier sollte kein Problem mehr dastehen! Okay, jetzt steht das Problem vor der Tür! Den Angriff verstehe ich nicht ganz! Es sieht irgendwie aus, als würde er sich kurz zusammenfalten! Und dann wieder auseinanderfalten! Super! 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 Alter! Dieser Angriff auch, ne? Waffenarm! Waffenarm ist krank! Krieg ich damit noch irgendwen gekloppt? Ach, schade! Feuerball! Hat der ein Gewitter! Den Angriff verstehe ich echt nicht! Weggenudelt! Und Schokunzeit! Das ist besser als Fleisch spielt! Bodydrop! Ähm, achso! Wow! Es macht einfach so unglaublich viel Spaß! Ich zieh' das hier auf jeden Fall Hyrule Warriors vor! So viel ist man sicher! BAM! Vielleicht zieht's auch einfach daran, dass ich ein größerer One Piece als Zelda-Fan bin! Ich schätze mal, das wird sein! Aber ich halte mir hier gerade einen zurecht! Von daher, ich bin gut! Ich bin cool! Oh, hey, Smokey! Der Chat wurde gesupert! Alter! Ich bin auch gerade zu Hype! Mich kann nichts mehr aufhalten! Jetzt gerade kann mich nichts mehr aufhalten! Ich bin hier der YouTube-Twitch-Star! Niemand anders! Super! Shokun! Alter! Bodydrop! Wohnmobil! Ich hab Wohnmobil verstanden! Alter! Mich kann nichts mehr aufhalten! Wer glaubt ihr, dass ihr seid? Komm her, Smokey! Dir dröhne ich eine! Super! Jetzt! Bam! Was willst du eigentlich? Tu nicht so, als ob du was zu reden hast, Smokey! Ist hier noch irgendwo eine Truhe? Ja, nee, doch nicht! Jetzt ist Ende! General! Pass auf! Ja! General Gewicht! Ach shit, jetzt ist er... Jetzt ist er super Feuer-Modus! Funke! Ah! Mein Shogun! Wird dich richten! Ja! Paff! Er setzt einfach seine Sonnenbrille auf! Super! Na, was willst du? Was willst du? Hast nichts zu melden! Oh, Mann! Alter! Wie geht's? Das ist mein Körper, in meinem acted-amter-lose-aroman! Und... ...un夢ierer... ...Wettel-Robo! Hentai? Ein Riesen-Hentai-Perverse-Lane. Oh, Mann. Hallo da, Lopas. Es geht. Warum schon drauf, meine Fanarts hochzuladen? Oh, ohne Scheiß, du willst Fanarts machen? Alter, ich bin richtig gehypt jetzt. Sorry, aber ich liebe Fanarts. Alter. Level up. Level up. Smoker ist jetzt dein Freund. Oh, Mann. Alter. Ich streame schon zwei Stunden, aber ohne Scheiß, ich möchte noch so viel mehr machen. Hm. Gibt noch mehr? Machen wir die oder machen wir weiter? Machen wir erstmal Haupt-Episode. Vielleicht können wir da ja als Frankie spielen. Warte mal. Steckbrief. Ich kann Steckbriefe freikaufen. Oh, die sind aber teuer. Da warte ich mal, bis welche kommen, auf die ich mich freue. Moment. Da wird wieder ein Nami empfohlen? Ich habe aber gerade keine Lust auf Nami. Kann ich in der anderen Dienst spielen? Kann ich hier Frankie? Ich kann hier Frankie spielen. Ich könnte hier Frankie spielen. Ich könnte Frankie spielen. Okay. Äh... rosa Kaffeebohnen. Schickst du mir dann einfach dann... Ja, wie du gesagt hast, über Twitter. Einfach dann ja... Und dann kannst du es mir ganz normal schicken. Da freue ich mich mega drauf. Jetzt schon. Oh. Oh, Leute. Wollt ihr mehr Super oder soll ich Hauptstory weitermachen? Schreibt mir das mal. In der Zeit werde ich mir jetzt mal ganz schnell was zu trinken holen. Ich brauche eine Abkühlung. Bin gleich wieder da. Geht gleich weiter. Nach der Pause. Geht gleich weiter. Ah, super zu trinken. Hauptstory, Hauptstory, super. Super. Oh Mann, super. Ich gebe mir mal schnell so einen kleinen Joghurt, ne? Wir machen mal eine super Joghurtpause. Weil ich brauche das mal gerade. Ich brauche mal ganz kurz was, um meine Stimme zu ölen. Oh Mann. Super. Super. Kirby Adventure V geht weiter, sobald ich Zeit habe, die olle Kampfsocke mal wieder dazu überreden, dass er wieder herkommt. Dann geht das weiter. Super. lecker joghurt so ne gta würde ich nie würde ich nicht mal kaufen ich würde ich würde so fern weitergeben so falls mir irgendwer schenkt man wieses hier wunami empfehlung ich möchte na gut spiel sagt ist empfohlen dann traue ich dem spiel war faust der gerechtigkeit garb super muss nicht die empfehlung nehmen also hier auch irgendwer anders nehmen können ja aber ich denke es hat immer irgendeinen sinn warum mir die empfohlen werden die empfohlen Ich glaube, ich werde nicht mehr von den Kriegen entfernen. Herr Schatz, ich habe mich geholfen. Verrückt! Ich bin in China gekommen. Geh, Lüge! Geh, Lüge! Geh, Lüge! Ich muss mich für die Freunde suchen. Das heißt, wenn ich die Freunde finden, dann werden wir mit Gehren. Mehr Geld. Mehr Geld. geld ist jetzt nicht so geld na gut dann wechsel ich gleich sonst noch mal jeder bestimmt zuschauerzahlen werden nicht mehr angezeigt dass ich dann das sind so wenig es sind so wenig twitch sagt sich so wenig das zeige ich nicht an der schlecht besiege gab ja ist richtig ich möchte sowieso komplett noch mal neu anfangen moment ja ja natürlich er will ich mich ja nie aus dem gruppe wie könnte ich auch nicht ja kennen wir euer rotz nasen okay ich glaube ich nehme mal smoker als ich nehme mal smoker als assist kleingeld ja ist richtig ist richtig super 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 oh man frankie macht auch so viel spaß zu spielen einfach oh das ist der neue move der ist gut jetzt bin ich mal gespannt alter es regnet typen es regnet einfach menschen super super das ist super schauer Aus dem Weg, Digger Ich sehe gar nichts Kann ich sehen Das ist egal, wirklich nichts Okay, so Die Kamera verwirrt mich manchmal so ein bisschen Super, Feuerball Das wird wehtun Drop it Vogelmobil Yeah Das ist der neue Move Da ist er Da ist er, die Fettbacke Super Fanky ist einfach der Beste Boing Das ist einfach so eine dicke Faust So Achso Achso, jetzt soll ich da oben lang Ach, Spiel, sagen wir doch Sag doch gleich Bescheid Da gehe ich da Jinbei? Fischmensch? Ach, Jinbei 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 Es geht Drop it like it's hard Feuerball Ach du Scheiße Das fette Ding Das gibt's ja auch noch Wo ich nie wusste, ob's ein Mann oder ein Weib sein soll Super Super Und Kude Furz Der eine, der hat gar nichts getan Wirklich Der hat einfach nur existiert Beziehungsweise er hat's versucht Ja Ich find's interessant Der hatte null Chance Das Ding hatte null Chance Destroyed Boah Na 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 Danke Super Armee Gib mir das Münze Super Alter Das ist so geil Ich fühl mich die ganze Zeit einfach nur gut Die Marineadmiräle haben einfach hier nichts zu sagen Super Shogun Wornmobil What? Oh oh Ich glaube ich sollte mich ein bisschen beeilen Moment soll ich jetzt durchhalten oder soll ich ihn kaputt machen? Ich hab jetzt grad den Faden verloren Achso Wornmobil Super 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 ich werde hier trotzdem noch alle zerstören so weit kommt das noch lassen wir das doch hier nicht die wollen mal angreifen kommen aber zu gar nichts sie sind nicht super genug wo sind jetzt der große von denen aber super ihr seid nicht super genug ihr seid absolut nicht super total und super jetzt gehe ich da hin und klop ihn pass auf was denn jetzt der hat mich mitten aus meiner kombo auch nein nicht du nicht kizaru ich hasse kizaru der wird die volle breitseite meines hasses zu spüren bekommen also ich hasse kizaru ich sehe ich war ich kann nicht sehen gerade die ganze zeit super perverser roboter in close-up wohnmobil wo ist kizaru denn der ist doch hier irgendwo aufgetaucht der schmeißt einfach mit kanonenkugeln er tut es einfach der gaming der general wohnmobil alter alles voll BAM Franky verkloppt GARP Malt euch das aus Ach der verpisst sich einfach Umso besser Mit Kizaru möchte ich mich nämlich nicht Ach der wäre da oben gewesen Alter rennt voll panisch weg Ey wie cool Ich hab seine hässliche Fratze Als Gutschein erhalten Ich hasse Kizaru Wenn ich den irgendwann Ich wäre auch nochmal umgedreht Nur um Kizaru die Fresse zu polieren Hab der Bersling Wäre ich ein Cyborg Ich wäre 100% Frankie Ich bin auch echt froh dass der Stream Heute funktioniert So gut funktioniert Franky nimmt einfach den gesamten Bildschirm ein Ich bin froh, dass ich Franky freigeschaltet habe. Der Rest ist mir... Okay, Sanji und Zoro möchte ich auch noch freischalten, weil die beiden sind mir auch noch wichtig. Wie praktisch wäre es auch, ein Cyborg zu sein. Geld wäre dann so ein bisschen nebensächlich. Ich wäre der Super-LPer-Cyborg. Ohne Scheiß. Die Welt retten, als Cyborg und LPs aufnehmen. The day is done. Oh ja, war irgendwo klar. Das hätte Djembe vielleicht nicht sagen sollen. Doby Continued. Super! Oh mein Gott. Ich sehe das, glaube ich. Ich habe da, glaube ich, was gesehen. Ich glaube, ich habe einen neuen Spezialangriff mit Franky freigeschaltet. Oh Mann. Wenn das der Fall ist, drehe ich durch. Krass. Bonko! Freundlich ist der Futsu einfacher. Ah, okay. Du kannst jetzt Jinbei spielen. Oh, Jinbei ist auch cool. Fischmenschen-Karate-Meister. Fisch-Menschen-Klopper. Cyborg Nummer 1305. Ja, genau. Genau so. König der Albträume. Okay, das klingt schon geil. Ist da jetzt irgendwie ein Steckbrief? Smokers Album? Achso. Uh, Pazifister. Doch, von einem Pazifister möchte ich einen Steckbrief mal haben. Scusi. Smoker oder Nami? Smoker ist mir nicht so toll. Ich mag wirklich... Franky ist mir so, so lieb im Grunde gerade. Warte mal, welches Level sollte ich sein? 10. Passt perfekt. Super! Oh Mann. Hört sich nach Oz an. Ja, so ein bisschen, ne? Oder Moria. Ich bin einfach auf Hype-Modus gerade. Franky, äh, Franky. Super! In Wirklichkeit ist Franky der absolute Obern, äh, der Oberbeste und ist Protagonist und so. Das sieht echt ein bisschen aus wie Thriller-Bark. Thriller-Bark. Aber immer denselben ist doch langweilig. Ja, nee, Franky nicht. Franky ist nie langweilig. Ja, beim nächsten Mal nehme ich wieder einen anderen Versprochen. Ich bin einfach zu sehr gerade auf einem Franky-Trip. Ach du Scheiße. Super Nebel. Unterstütze Ruffy, okay. Okay. Ist da irgendwas, was mir was bringt? Nicht wirklich. Ja, wir behalten, oder warte mal. Ja doch, wir behalten Smoker. Franky ist ein Cyborg. Ihr argument ist invalid. Alter, das ist echt Thriller-Bark. Oh, wie cool. Ich hab echt zwei Super-Leisten. Ich muss rausfinden, ob ich einen neuen Super-Move hab. Ich muss es rausfinden. Ich muss das rausfinden, Leute. Ich muss es rausfinden. Aber erstmal mach ich die Truhe hier auf. Geil. Ähm, Super-Raum. Morphe hat sein Ziel erreicht. Wie so ein Navi, wisst ihr? Oh yeah. Oh Gott, Moria. Oh, darf ich jetzt Moria die Fresse einprügeln? Oh Gott. Und sie. Oh, wie hieß sie? Perona. Oh, genau die Frau. Zombies? Ach, schade. Ich kann nur... Oh. Schade. Es gibt kein Level-2-Finisher. Also kein Level-2-Move. Mano. Warum nicht? Das wär super geil gewesen. Ich glaub, Franky wär dann zu super. Ich glaub, das haben sie mit Absicht gemacht, weil Franky dann zu super wär. Ah, da hab ich auch nur eine Leiste. Okay. Also es gibt wirklich nur einen Finisher. Mano. Das wär so cool gewesen. Klopp dich weg, Mann. Es redet. Es gibt's. Oh, warte mal. Okay. Kamera zurücksetzen. Ja, das ist super. Ähm. Hier. Ja. Ja. Ja, hier, General Franky. Ne, es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Warum? Warum gibt es nur einen? Mano. Mano. Warten, was ein Bummer. Das wär's jetzt noch gewesen. Alter. Da ist sie ja. Super. Oder es gibt, was wär's mit drei Balken, ja. Das kann auch sein. Schade. Super. Weg mit dir. Ihr Scheiß-Zambies. In dieser Woche bin ich super-perversling. Ist richtig. In dieser Woche ist er der super-perversling. Muss Level 25 werden. Okay, aber ist gut zu wissen. Jetzt hab ich immerhin ein Ziel. Ich kann nix sehen. Los, General Franky. Ist Perona... Die ist schon wieder da. Bodydrop. Vonmobil. Geh doch mal weg mit deinen dummen Geistern. Klopp dich raus. Ich glaube, ich hab sie nicht erwischt, oder? Ne. Ich hab sie nicht erwischt. Verdammt. Happy Birthday. Happy Birthday, huh? Was hat er da? Und weg ist sie. Ich mag sie irgendwie, weil... Sie hat so was... Sie hat irgendwie was an sich. Ich glaub, das ist auch so ein Charakter, den Keks einfach mal cosplayen würde. Einfach, weil sie so ein Kleid hat. Und sagt sie... Boah, voll das geile Kleid. Und ich sitz hier an der Million. Ich mag sie halt. So ein Super-Zombie. Der sieht einfach so ein Mega-Raster einfach nur. Bam. Was? So, wo muss ich jetzt... Ich soll da rein, aber... Warte mal, da kann ich da lang? Ich glaub, ich kann da lang. Ich kann da lang. Ach, du Scheiße. Aber ich kann hier rein. Alter, das ist... Das ist cool hier. Äh. Äh, bin ich hier... What? Was geht denn hier? Super! Wo soll ich hin? Das Haus das Verrückte macht? Was? Reiß die verdächtigen Mauern ein. Was für verdächtige Mauern? Oh Scheiße, es gibt Stress in der Basis, sehe ich. Ja. Gut, hier geht's raus, ja. Oh Gott, lauf schneller, Frankie. Da gibt es Zanke und ich muss da hin. Ich muss da super sein. Da ist sie, Olle. Ey, die ist fast tot. Kaputt, Pupsen. Und super! Wohnmobil. Oder, 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 oder. Verdächtige Mauern, dafür müsste ich was sehen können. Ja. Jetzt ist sie schon wieder auf dem Weg? Ernsthaft? Ne, ich hab's geschafft. Das ist mir... Ah, hier. Super pervers, Link. Wohnmobil! Gut, dann so. Kuh der Pups! Alter, das macht voll Schaden. Und das hat getroffen. Wow. 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 Alter, der Smoker ist auch richtig stark. Ich will eigentlich viel mehr machen können, aber es geht nicht. Super, Schredder! Wohnmobil! Ich verstehe jedes Mal bei ihm Wohnmobil. Und jetzt... Anti-Chopper! Und Anti-Brook! Oh, cool. Brook will ich auch wieder im Team haben. Komm her. Ich bin Chopper. Ich kann wütend sein. Erstmal Brook für den Mann. Der muss hier... Da ist er! Skydark Reapleasant und so, ne? Zu Ehrendiensten. Auf Brook einprügeln! Alter, der Schaden von Smoker. Schredder, ich Brook jetzt gerade noch mehr. Brook wurde besiegt. Brook ist toll. Brook ist auch richtig toll. Und ich sehe schon, da kommt Streit auf die Basis zu. Oh, da hinten ist eine super Truhe. Die brauche ich. Ach du, Buggy und Number 3? Was haben die denn hier verloren? Was hat Mr. Free hier verloren? Antwort eigentlich nichts. Okay, hier wäre eigentlich Jinbei. Also ich vertraue Jinbei jetzt einfach mal, dass der das hinkriegen würde. Aber hier ist... Ach so, hier ist Anti-Chopper. Gut, dann kloppen wir den Anti-Chopper. Der hält eh nichts aus, wirklich. Scheiße, ich glaube, er ist weg. Okay, ich habe ihn. Äh, ich treffe ihn trotzdem. Wow! Ich glaube, ich habe mich gerade auf Chopper gesetzt. Ich gehe schon mal vor. Ne? Hier ist noch eine Münze. Chopper wurde besiegt. Ich gehe dem ganz mal lieber entgegen. Super-Zombie-Armee. Der Klopper! Was hat Buggy hier verloren? Buggy ist ein Lappmann sich. Ach, du Scheiße, ist hier Party. Alter! Wow! Ach, guck mal, Mr. Free! Was geht denn mit dir? Du hast aber hier gar nichts verloren. Schalte Buggy... Wann habe ich Buggy ausgeschaltet? Jetzt haben wir nicht, der stand in seinen dummen Bomben drin. Oh, jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende! Super-Fleisch-Copter! Puff! Puff! Auf ihn draufgelegt! Äh! Enteider! Soll ich hin? Ich habe so das Gefühl. Oh, da kommende Masse. Die will ich haben. Die will ich hauen. Achso, schalte mal. Ich wollte gerade sagen. Ey, 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 ey. Ja! Aus dem Weg! Das wird jetzt was bringen. Super, Shredder! Oh, ein Mobil! Da ist er! Geh mir mal aus dem Weg hier. Ich muss Buggy mobben. Ich muss Buggy mobben! Super! Super! Wo ist der Cloud? Da ist der Cloud! Oh, shit! Habe ich ihn? Ich glaube ja. Aber Smoker trifft nicht. Wie lang blieb Buggy in der Luft? Aha! Es ist das Geilste überhaupt. General Wohnmobil! Wo ist Buggy jetzt schon wieder? Da! Oder habe ich Buggy jetzt? Ach so Scheiße! Moria! Oh Gott, nicht Moria! Oh Gott, einer der Samurai! Na super! Oh Gott, fuck, fuck! Alter! Das wollte ich eigentlich nicht. Scheiße! Wohnmobil! Alter! Mir geht auch langsam leider der Gesprächsstoff aus. Muss ich leider sagen. Aber ich feiere dieses Spiel einfach gerade. Ich kann nicht aufhören. Ich habe so diesen Punkt erreicht, wo ich das Spiel einfach genieße. Ich genieße meinen Aufenthalt. Ich zeige 90 Kilometer! Da ist noch ein Kommandant, der war ja auch noch platt. Super! Fireball! Ach, Perona, dich gibt es ja auch noch. Habe ich die nicht schon dreimal besiegt, irgendwie jetzt? Lass nicht mal langsam die Schnauze voll. So ein bisschen nur. Boah, Volltreffer. Scheiße, die sind auf dem Weg zum Schiff. Alter, was? Scheiße, ich glaube, das trifft nicht. Doch, das trifft gut. Sie lebt noch. Jetzt muss ich aber ganz dringend zurück. Ganz, ganz dringend. Geht, geht mir mal aus dem Weg. Ich muss hier mal durch. Super Cyborg ist auf dem Weg. Ach, du Scheiße. Super! Super! Oh mein Gott. So viele ernsthafte Menschen. Alter. Da, von da kommen die. So. Einer. Ist noch einer. Ist noch einer. Alter. so glaubt das sollte jetzt lebt da noch einer von denen das sollte eigentlich jetzt erstmal genau oder ich hoffe lieber noch mal ein bisschen aufräumen sorry wenn ich mit dem Grabber hier aufnehme kann ich leider nicht mit Konfi machen die würde ich nicht hören ihr bleibt mal schön von da weg so jetzt kann ich mich um den Rest kümmern super Pups das ist schön wenn man so diesen Punkt erreicht wo man im Grunde so ein Spiel einfach nur genießen kann so bam so deswegen also ich glaube mein Kommentarsteel geht jetzt auch langsam in die Grütze vielleicht liegt es auch einfach daran dass ich jetzt gerade anfange zu entspannen ich glaube ich fange gerade wirklich seit langem mal wieder an zu entspannen das habe ich lange nicht gemacht ich fange gerade einfach an zu entspannen das ist geil grabbing his dick ich habe ihn bei den Eiern gepackt ihm die Dinger abgeschnupst und dann ist Ende gewesen das ist so eine Truhe naja deswegen gehe ich jetzt nicht zurück das Spiel ist auch einfach für mich was wo ich einfach mal entspannen kann ich entspann bei sowas ich bin merkwürdig dieses Kapitel ist groß ach du scheiße es ist nur einer seiner Angriffe oh warte 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 da ich glaub Moria ist richtig Franky verprügelt Moria oh was ist denn was mit meinem Handy wer will denn was von mir hä es hat gerade an Dauern vibriert ich habe gedacht jemand ruft mich an ne es ist nur Bild 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 in der 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 Bild Bild sitze ich jetzt bald schon fast eine Stunde nur an dem Kapitel hier das kann ich ernst das ist nicht ernst dass ich so lange an diesem Kapitel hier sitze der Smoker ist so fucking stark super Shogun fickt dir Moria du kannst mich mal von mobil es ist mir egal ich mach das doch mal dann stirbst du bumm schnibbeldi 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 ja du hast gerade verpasst wie Franky einfach mal Moria in den Harsch getreten hat schnibbeldi 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 sch Jinbei spiele ich als nächstes. Jinbei ist auch so ein riesen Badass. Kotz die Schatten aus du Arsch! Die Schatten aus du Arsch! Das war's für heute. Ich habe dich nie gemacht. Ich habe das lustig gemacht. Es ist so toll, ich bekommt dir das Team, Lass uns das Team!" Ich habe es dir gedacht, dass der excuse bei meinem Umfeld zu entstanden ist. Ich habe dich dabei gehört. Ich habe dich sicher gesagt, dass du das Team Naiarland verlesen. Du bist, ich bin erNIver. Vor allem Brooke mit seiner Atomkrone da. Und Boobies, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Sorry, ich habe mich nicht mehr überrascht. Ich habe mich nicht mehr überrascht. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass Buggy einer der Sonne ist. Ohne Scheiß, wie kann Buggy... Buggy der Clown? Wo kommst du her? Du müsstest tot sein. Du müsstest mausetot sein. Was macht Ace hier? Alter... Ace... Was hat Ace hier verloren? Was hat Podcast The Ace hier verloren? Boah! Boah! Aha! Hm. Also ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich kriege trotzdem noch gut Geld, obwohl ich Leute spiele, die ich eigentlich nicht spielen sollte. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dann lebt auch Whitebeard noch und wenn das der Fall ist, dann wird das hier noch ein bisschen sehr heftig. Boah! Die ganze Zeit das Gesicht von Frankie hier im Hintergrund, ey! Oh mein Gott, das heißt Whitebeard lebt auch noch! Oh! Oh! Ich kann halt nicht mehr! Äh! Mausinteresse! Na, ne! Boah! Das ist grad mal Kapitel 1! Wir spielen hier schon eine Zeit lang! Das ist grad mal Kapitel 1! Ja, ich wollte jetzt eigentlich, äh... Ja, ich muss eigentlich heute nämlich noch ein bisschen rendern. Obwohl Rendern seit neuestem wegen dem Scheißprogramm, wegen meinem Programm macht's zicken, macht's nicht so viel Spaß, aber... Was sein muss, muss sein, von daher, ähm... Fakt ist, das hier haben wir uns, das, das haben wir nicht das letzte Mal gespielt, so viel ist man sicher. Pirate Warriors 2 wird noch öfter gestreamt, so viel, darauf könnt ihr Gift nehmen, mir macht das so unglaublich viel Spaß. Das ist so unglaublich geil zu spielen und ist im Grunde so entspanntes Stream, das glaubt ihr gar nicht. Auf jeden Fall! Ich hoffe, ihr hattet heute Abend eine Menge Spaß, so wie ich, und, äh... Ja, ich werd jetzt mich noch ansetzen, ich werd noch ein bisschen rendern und den Abend ausklingen lassen. Morgen haben wir den 1. Mai, das bedeutet, wir haben morgen alle frei, sogar auch mal die Einzelhändler. Und auch mal die, die hier oben im Norden wohnen, die nicht das Privileg haben, jeden zweiten Tag frei zu haben. Ja, ganz kurz mal, ich hab das Gefühl, da unten im Süden und so, da hast du irgendwie drei Wochen gefühlt mehr frei als hier im Norden. Von daher, ähm, bin ich mal froh, dass ihr jetzt auch mal einen Freitag frei habt. Gut, ich wünsch euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal! See you, Leute!